Hey Leute, ich begrüße euch heute mal zu einer Runde Rouge und zwar mal zu einem kommentierten Gefecht. Ja, also laden wir gleich mal das Spiel. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ich das gemacht habe und so weiter. Das ist schon eine Mission vom 19.05., äh, eine Mission, ein Spiel vom 19.05., äh, ja, also von gestern bei mir sozusagen, als ich es aufgenommen habe. Mal gucken, wann es rauskommt. Ja, und da spiele ich mit dem Punisher, einem aus dem Regiment, gegen den Kilian581, heißt auch so in YouTube, äh, und ein Veni17, der war halt einfach noch so dabei, äh, den Kilian habe ich halt eingeladen, weil wir ein paar Gegner gebraucht haben. So, dann, äh, machen wir da jetzt mal auf Ansehen, denke ich. Ich habe das noch nie gemacht, muss ich sagen. Dann hoffe ich, dass es euch gefällt und, ähm, ja, dann wird man ja sehen. Also, jetzt schauen wir mal. Also, wir waren hier, neutrales Lager, genau, wir sind euch mal neutrales Lager. Also, hier war ich und hab, welches Land habe ich nochmal gespielt? Äh, ja, ich war Frankreich, äh, nee, ich war Deutschland und der Panische war Frankreich und unsere zwei Gegner waren auch Deutschland. So, das muss ziemlich schnell, ich habe versucht, so viel wie möglich halt am Anfang zu erobern, äh, die anderen natürlich auch, so wie man es halt immer macht. So, also, das schwulen wir mal alles ein bisschen vor. Ja, okay, dann schicken sie jetzt schon relativ schnell Infanterie. Das mache ich aber auch dasselbe. Äh, weil diese Stadt hier in der Mitte, wenn man die besitzt, hat man ziemlich viel Glück. Äh, die ist ziemlich wichtig bei dieser Map hier. Also, wir haben 1939 gestartet und, ja, also, totaler Kriegsmodus. Ich finde ihn einfach am besten, muss ich ehrlich sagen. Und dann hatten wir hier unsere kleinen Probleme gegen die feindliche Infanterie und den feindlichen Panzeraufklärer. Ja. So, hatte ich dann hier meine ersten Panzer. Äh, ich weiß, die deutschen Panzer sind nicht wirklich gut, aber am Anfang zumindest 39. Hier habe ich halt Panische gesagt, wir müssen unbedingt rechts und links außen, äh, diese Nachschublage erobern. Das haben wir dann auch relativ schnell versucht. Das haben wir halt hier, ja, hier rüber. Da ist mir aufgefallen, ach, das sind ja Gegner drin. Ich weiß nicht, wie habe ich das gerade eben nochmal gemacht. Muss ich gerade mal schauen, wird mal sehen. Buddy, du hast deinen Kanal. Ah ja, ich bin nebenher noch im Teamspeak, ja, aber ich bin gemutet. Äh, naja, egal. So, also da haben sie ziemlich viel von dieser Stadt erobert, aber wir halt eben auch. Und die hatten halt eben Flugzeuge und das war ein bisschen verwunderlich, weil, ja, keine Ahnung, das bringt es nicht so wirklich. So, hier habe ich jetzt mal angegriffen, damit wir das mal erobern können. So, die ersten zwei Nachschublage habe ich auch schon, Panische hat auch zwei erobert und erobert jetzt gleich das dritte vom Gegner. Ja, da hat er mich dann halt eben mit seinen Jagdbommern angegriffen. Mit seinen Panzern, die sind dann aber relativ schnell gestorben gegen meine Infanterie. Und hier drüben in der Mitte von der, hier bei der Stadt geht eigentlich eine Zeit lang nichts voran. Ich stelle da ein bisschen hier Luftabwehr rein, äh, Panische auch Luftabwehr und mehr Infanterie. Aber viel mehr passiert da momentan auch gar nicht. Ja, und hier greift er mich wieder an und dann greift er halt, charge ich aus diesem Wald hier raus. Äh, das war dann nicht so ganz klug. Aber dann kam halt eben meine Panzer, mit denen lief das dann schon durchaus besser. Ja, und da kam jetzt mal eine Luftabwehr, die da auch ziemlich schnell reingehauen hat. Jetzt gucken wir mal da rüber. Ja, momentan ist es so ein bisschen zum Stellungskrieg geworden. Wir haben angefangen hier ein bisschen Artillerie zu rekrutieren. Dann hat er gemeint, er könne mit seinen leichten Bombern hier uns irgendwie angreifen. Hat er aber dann nicht geschafft, der Kilian. Ja, doch. Ah, hier. Oje, oje, oje. Ja, am Anfang hat es ziemlich viel gebracht, aber dann hat er ja doch noch geschafft, ein bisschen was wegzuhauen. Dann haben wir eben seine Nachschublager hier bombardiert. Ja, hier hat er dann angegriffen, weil ich voll vergessen habe, dass da dieser Panzeraufklärer steht. Meine Luftabwehr stand halt eben zu weit weg und dann hat er hier angefangen Artillerie auszubilden. Was mich ein bisschen genervt hat. Und da habe ich natürlich versucht, seinen Aufklärer wegzuscheuchen, aber dann kam natürlich der Siegfriedbunker. Also das Siegfriedblockhaus und ja, hat dann meine Panzer zerstört. Hier hat sich der Punisher ein bisschen aufgebaut, hat ein paar Stellungen gebaut. Und ja, dann haben wir die feindliche Artillerie beschossen, beziehungsweise Punisher hat es gemacht. Und hier an der Stelle hätte ich ein bisschen schneller irgendwie auf Artillerie gehen sollen. Dann hätte ich irgendwie es geschafft, vielleicht seine Panzer, äh, seine mittleren Haubitzen wegzuhauen und ja, keine Ahnung. Das hätte ich machen können. Und hier, das war ziemlich gut von Punisher, dass er das hier gemacht hat. Jetzt sind wir gleich übrigens bei 1942. Ja, diesen Angriff, da musste er dann sich hier zurückziehen und es war ziemlich gut. Und die zwei Einheiten, glaubten, ja, die hat er vergessen, keine Ahnung. Ja, das war der andere Spieler. So, die waren dann schnell weg. Ja, und da beschießt er mich ja die ganze Zeit mit Artillerie, bis ich das mal gecheckt hab, damit die vielleicht auch mal Artillerie bauen sollten, war es dann ein bisschen zu spät. So, gehen wir mal grad auf mein Lager. Wobei... Ja, genau, das war das Problem. Immer weiter wurden die da angegriffen. Hab dann eben Panzer gebaut, weil Artillerie ist ja nicht so wirklich gut gegen Panzer. Ja, also hat Punisher die Gegner ein bisschen auf Distanz gehalten, also den Kilian auf Distanz gehalten hier. User disconnected from your channel. Ja, äh, ich sollte beim nächsten Mal unbedingt aus dem Teamspeak rausgehen. Ich hab voll vergessen, dass wenn jemand rein und raus geht, man das ja auch hört. Äh, ja, gut, okay, jetzt greift er hier mit seiner Infanterie die befestigte Stellung an. Mal sehen, ob es was wird. Ja, äh, zwischendurch hat dann der Gegner wieder dieses Nachschubdepot erobert und hier das dann zerstört. Der kommt halt relativ gut an diese Panzerstellung, äh, an diese... An diese befestigte Stellung ran, das war halt das Problem hier. Hier wurde ich immer weiter angegriffen, aber das Gute war, wir hatten hier ziemlich viel Luftabwehr. Ich hab dann durch... ja, drunter... Und jetzt halt auch ein bisschen Jagdbomber... äh, rekrutiert, weil ich hier diese... Artillerie weghaben wollte. Ich hab irgendwie gedacht, dass das irgendwie die Panzerartillerie wäre. Da brauchten wir ja Jagdbomberge dagegen. Hab so irgendwie... Keine Ahnung, völlig geblickt. Hier kommen jetzt die ersten Tiger von unseren Gegnern. Ja. So wenigstens die Stellung hab ich wegbekommen. Das Problem hat... war... gebracht hat's nicht wirklich was. Das hat mich eher mehr gekostet und... Viele Panzer hatte ich dann auch nicht, äh, hier stehen. Außer diesen paar hier. Das war halt eben das Problem und das hat er mich halt geschossen. Und nach einer Weile bringt's halt Artillerie doch gegen Panzer. Wenn dann einige draufschießen. Ja, das war halt ein bisschen dumm von ihm, weil er gedacht hat, ich hätte da... Keine Ahnung, was der da bei sich gedacht hat, als er diese Luftabwehr hier vorgeschickt hat. So. Ja, und da hab ich jetzt seine... Naja, da zieht er sich wieder zurück. Wollte dann doch nicht hier reinfliegen. Ja, und da kommen meine ersten Tiger. Ich glaub, wir machen mal ein bisschen schneller. So. Und momentan passiert nicht wirklich viel, muss man sagen. Also er stellt da jetzt langsam aber sicher sein Panzerabwehrgeschütze hin. Ich stell meine Tiger hin. Äh, ja. Ein bisschen langsamer vielleicht doch. Das Problem war, dass seine komischen Panzerabwehrteile waren trotzdem schlecht positioniert, sozusagen. Da hat er dann ziemlich gut geschafft, meine Tiger kaputt zu machen. Normalerweise schafft es ja ein Tiger gegen ein bisschen Panzerabwehr. Äh, aber hier in dem Fall war er hier halt so gut positioniert, wenn ich ein Problem hatte. Und dann hab ich hier Infanterie, Rush, äh, der dann relativ schnell kaputt gegangen ist. Bisschen was hab ich kaputt bekommen, dadurch, dass er aber viel Verstärkung hatte, eben nicht ganz so viel. Und dann sind meine Tiger drauf gegangen, naja. Aber dadurch, dass alles auf einem Fleck stand, äh, konnte dann meine Artillerie, die ich zwischendurch dann gebaut hab, ziemlich gut da reinfeuern. Das hat ihm dann einige Verluste zugezogen, da. Ja, und dann hat der eine kapituliert, warum auch immer. Äh, daraufhin musste dann Kilian mit beiden weiterspielen. Hier passiert eigentlich das ganze Spiel lang relativ selten irgendwas in dieser Stadt hier. So. Ja, ich hab nochmal ein Replay, aber das werde ich dann erst kommentieren, denke ich, äh, sobald ich das hier mal online gestellt hab, um zu wissen, wie es euch denn so das Irsche gefallen hat. Weil, wie gesagt, noch nie getan, äh, sowas nachkommentiert. Äh, zumindest in Rouge nicht. Äh, ich hab ja einmal irgendwie Warhammer 40k gemacht, aber mehr hab ich bis jetzt noch nicht gemacht. In die Richtung, also schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Habt ihr irgendwelche Anregungen dazu, äh, irgendwelche Tipps, irgendwelche anderen Anregungen, schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Äh, ja, weil das ist eine Sache, die ich noch nie so oft gemacht hab. Äh, aber es ist ganz lustig und macht ziemlich viel Spaß. Muss ich sagen, äh, vor allem, weil man halt nochmal so eine Schlacht nochmal sieht. Ich meine, man war zwar dabei, aber man sieht ja nicht immer alles und man überlegt sich dann halt auch, was hätte ich besser machen können. Äh, hier zum Beispiel, vorhin hätte ich ein bisschen schneller angreifen sollen. Vielleicht, ich hätte mehr auf, äh, Ding setzen müssen, hier mehr auf Panzer, als da nur Artillerie stand. Und ich hätte irgendwie selber auch Artillerie bauen müssen. Am besten die, wo ein bisschen weiter kommt, als die, wo er hatte. Äh, ja, das war ein bisschen das Problem. Ich hab irgendwie gedacht, das wäre Panzerartillerie. Weil ich gedacht hab, die Deutschen können irgendwie nur Panzerartillerie bauen. Äh, ich spiel auch nicht so wirklich oft mit den Deutschen. Ich spiel am besten mit den Russen. Äh, ja, die Deutschen sind auch ganz okay. Aber, Russen finde ich ganz gut. Vor allem, weil ich mag halt Artillerie. Hier hat dann eben der Punisher das ganze Lager zugebombt, mit seiner ganzen französischen Artillerie, die extrem gut ist. Meiner Meinung nach. Ja, und ich hab dann angefangen, auch drauf zu schießen. Das hat dann aber dann leider nicht ganz so geklappt, weil es dann irgendwann getarnt hat. Relativ schnell, als er gemerkt hat, dass ich drauf schieß. Ja, da hab ich dann mit meinen Flugzeugen seine komischen Tiger angegriffen, seine Tigerpanzer. Das war eigentlich ziemlich gut, weil dadurch hat er extrem viel Geld sozusagen verloren. Und ja, das hat doch einiges gebracht. So, mittlerweile bin ich dann hier mit Panzeraufklärern vorgegangen, damit ich sehe, sein Lager hier sehe, seine... Das ist ein Bunker, bin dann mit meinen mittleren Panzern und mit meinen Tigern, also mit den Panzer 4 und den Tigern hier hin. Dann kamen hier ein paar Tigerpanzer. Auf die haben wir dann mit aller möglichen Geschossen, selbst mit Artillerie. Und auf die Base auch und mit Flugzeugen und allem drum und dran. Meine Flugzeuge haben immer gewartet ein bisschen, aber sie hatten einen guten Einsatz. Ich habe zwar oft viele verloren, aber immerhin habe ich auch teilweise einige Tiger getötet, die so... ...er zerstört, die sich so länger gebraucht hätten. Das war dann mein Aufklärer. So, machen wir gerade mal noch ein bisschen schneller. Ja, hier hatte ich dann optimierte mittlere Panzer, neue Tigerpanzer dazu gestellt. Dann kam der Feind mit seinen Panzern hier. Und wurde halt ziemlich schnell aufgerieben, obwohl es Tiger waren. Hat mich eigentlich extrem verwundert irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich war relativ... Ich habe gedacht, what the fuck, so schnell? Ja, und dann habe ich hier halt wirklich jetzt angegriffen, weil dann habe ich gesehen, aha, wenn wir jetzt angreifen, nicht schlecht. Es war auch schon seit ein paar Minuten, 1945, da haben wir jetzt dann angefangen, Verwaltungsgebäude zu bauen. Wir hatten dadurch extrem viel Geld. Wir hatten schon die ganze Zeit im Prinzip Oberhand über die Map, größtenteils. Hier links und rechts hat man meistens zwei Nachschubdepots erobert gehabt. Und das hat man halt dann schon gemerkt. Und wir hatten extrem viel Geld noch. Konnten uns immer mal wieder so ein Verwaltungsgebäude eben leisten. Und das hat man halt dann eben gemerkt. Ich meine, er hatte hier zwei. Wir haben drei, vier, fünf, sechs, sieben gehabt. Und nur noch eins, ne, sieben waren es. Das ist schon ein extrem großer Unterschied. Wir haben extrem viel Geld bekommen im Gegensatz zu ihm. Ja, dann hat er hier einen optimierten Panzerzerstörer noch gehabt, der dann nach einer Salve meiner mittleren Panzer und meiner King Tiger und so weiter verreckt ist. Und dann hat man eben gewonnen. Die ganze Schlacht ging 45 Minuten. Ich hatte ein Frag-Rate von 1,06 zu 1. War nicht ganz so gut. Das lag daran, dass ich da links immer so viele Truppen verloren habe. Vor allem Infanterie. Ja, der Überblick hier. Frags, Verluste und so weiter. Frags-mäßig war ich der Beste. Ja, Verluste hatte ich aber auch am... Ah, ne, Kilian hatte am meisten Verluste. WTF? Okay, nicht schlecht. 3061 Verluste. Und Einkünfte, ja, da waren Panisch und ich fast gleich gut. Wir hatten fast gleich viele Nachschub-Depots. Weil Heiko hat vorhin zu mir gemeint, äh, zu mir gesagt, ja, immer der, wo es erobert hat, bekommt bei zwei gegen... Naja, bei zwei Spielern immer zwei von der Ressource und der andere eben nur eine. Und da hatten wir im Prinzip eigentlich gleich viele fast. Ja, Verluste... Hatte ich... Ja, auch einige so ein bisschen, äh... Ja, gut, das war dann ganz okay. Aber ich habe dafür auch extrem viele getötet und... Äh, Frags dasselbe. Und dann noch Einkünfte. Hatten wir es nicht gerade eben schon mal über irgendwo... Ach ja, hier. Ah, ja, richtig, okay. Okay, ja, war ganz gut. Äh, durch LKWs vor allem bei mir, bei Panischer Verwaltung und HQ, äh, Hauptquartier. Also, war bei uns natürlich gleich. Ja, das war, äh, mein erstes Replay kommentiert. Also, mein erstes Schlacht-kommentiertes Dingstar-Replay von Rouge. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und, äh, damit ihr auch nochmal sowas von mir sehen wollt. Und, klar, äh, ich weiß jetzt nicht, ich denke, es ist schlechter als Heiko. Ich weiß es nicht, aber ich gebe es ja auch zu. Ich habe auch kein Problem, habe es ja jetzt erst zum ersten Mal gemacht. Aber lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Wie fandet das, äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Gebt mir Tipps, Tricks, wie auch immer. Äh, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, Leute.